Du hast dir dieses Jahr erst 1 Winterjacke gekauft? Geht ja gar nicht! Mach mit beim angesagten Grenzer und Schulterpolstern! Mach mit bei Fast Fashion! Nur Frühling, Sommer, Herbst und Winterkollektion? Die Challenge ist, dass der Pulli nicht schon auf dem Weg zur Kasse wieder out geworden ist! Praktisch an Fast Fashion ist, du brauchst nichts mehr anprobieren! Bei den Preisen ist doch völlig egal, ob dir das T-Shirt passt! Na ja! Ach, günstiger kommst du nicht an Tüten fürs Altpapier! Und wenn dir der Just Look noch nicht gefällt, kein Problem! Die Velo-Klamotte musst du einfach einmal waschen und schon hast du total tolle Löcher da drin! Falls dir zu Hause dann auffällt, dass dein 5-Euro-Kleid irgendwie ein bisschen komisch vernäht ist, die haben da wirklich Ärmel unten dran genäht! Jackpot! Fast Fashion ist nämlich total nachhaltig! Du kannst mit deinen Klamotten nämlich so viel mehr machen, als sie einfach nur anziehen! Jaha, nehmt das, ihr Hater! Wir sind tätig, Fasern, halten wirklich alles frisch! Und das Beste an Fast Fashion ist, dein T-Shirt kostet viel weniger als der Döner, mit dem du es direkt nach dem Kauf einsaust!